hallo und guten morgen hallo hallo ja gestern hatten wir einen wunderbaren adventsvortrag das war also auch der längste letztendlich der letzte und letztendlich der längste weil wir noch so tolle gespräche ja erörterungen würde man es in der schule nennen am schluss hatten ich möchte euch das unbedingt an ans herz legen diesen adventsvortrag von gestern anzuschauen guten morgen ihr lieben weil insbesondere was wir über das thema sucht besprochen haben so so wertvoll ist das ist ziemlich am ende des vortrags und wir denken alle immer ja ja das sind die alkohol süchtigen oder das sind die drogen süchtigen sind die süchtigen aber alle die suchen sind süchtig das ist so und wir haben auch ganz offen und ehrlich darüber gesprochen dass diese diese sucht dass der sucht zu suchen immer wieder zu suchen eine sucht ist nie in ordnung zu sein dass es auch eine sucht ist ich meine wissen auch dass workaholismus also arbeitssucht ja da geht es wirklich darum nicht sich abzulenken wie das im volksmund oft so guten morgen wird es im volksmund oft so einfach diskutiert wird dass man süchtig ist um sich irgendwo abzulenken von von irgendwelchen emotionen und irgendwelchen gefühlen aber das wort sucht heißt ja schon dass man etwas sucht man sucht etwas man sucht ein gefühl man sucht eine erfüllung man sucht wie die ute das so schön gesagt hat dieses schöne weiche warme kuschelige gefühl des lebens man sucht einfach schöne gefühle das sucht man wenn man süchtig ist und wer wisst ja solange ich suche habe ich nicht gefunden weil wenn ich gefunden habe muss ich nicht mehr suchen und das was ich suche finde ich in mir ich kann jedes einzelne gefühl in selber generieren ich kann jedes einzelne wohlgefühl jedes einzelne schöne hoch schwingende gefühl in mir selber generieren es ist alles in mir die gefühle entstehen in mir ich brauche eigentlich keinen trigger hallo manuela guten morgen ich brauche eigentlich gar keinen trigger von außen ja ich brauche ich brauche eigentlich ich brauche eigentlich nichts was mich stimuliert außer meine gedanken meine gedanken stimulieren mich wenn ich im außen situationen habe die mich stimulieren dann ist es nur deswegen weil die mich zu gedanken führen weil die gedanken in mir antriggern und diese gedanken wieder die bringen mich gefühl näher so läuft es ich sehe was im außen ich kriege ein feedback im außen ich kriege ein bild ich kriege eine szene ich kriege ein wort ich kriege eine beurteilung ich kriege eine meinung im außen und es triggert einfach ein gedanken aneinander gerein das gedanken konstrukt bei mir und dieses gedanken konstrukt macht entweder gute gefühle oder schlechte gefühle so läuft es ab wenn ich frei und unabhängig bin reagiere ich nicht darauf ja das sagen die ja auch im buddhismus und und in vielen spirituellen lehren nicht reagieren okay wieso weshalb warum oder das will immer unser verstand wissen wieso ich soll ich nicht reagieren weil es fake ist weil es fake news sind weil sie nur zu deiner wahrheit und zu deiner wirklichkeit werden wenn du darauf reagierst wenn du eine meinung dazu hast wenn eine meinung dazu hast du dem was vorgefallen ist wenn du das beurteilst wenn du das ein urteils wenn du das in deine vorstellungen passend machst ja wenn du deine rückschlüsse ziehst dann ist das was im außen passiert ist plötzlich in deinem leben in deiner realität und ihr wisst ja es gibt unendlich viele realitäten wir wählen die immer wir wählen die jeden moment wählen wir in welcher realität wir sind mit was für einer persönlichkeit wir in dieser realität sind und da haben wir auch eine riesengroße auswahlmöglichkeit welche persönlichkeit welches ich bin ich denn gerade und wir können das definieren und alle die hier sind aufgrund der arbeit von doktors joe dispenser da stellt sich immer die frage ein neues ich welches ich diese frage habe ich mir auch ganz ganz lange gestellt welches ich welches ich ist denn wirklich das ich das ich sein möchte und habe darum gedoktert und rum überlegt und 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 habe konstruiert und gemacht und getan bis ich herausgefunden habe ich brauche ich ich brauche mich rumlockern es ist gegeben mein wahres ich ist mir gegeben mit bei der entstehung bei der mein göttliches ich ist mir bei der schöpfung mitgegeben worden und zwar dieses perfekte perfekte wunderbare wunderschöne absolut fehlerfrei liebenswert und liebendes ich dieses ich ist mir gegeben ist jedem menschen gegeben wir glauben wir sind hier auf der suche wir glauben hier wir müssen suchen es ist etwas zu suchen aber es ist wirklich nur das zu finden was schon da ist es geht um darum dass wir hier sind um das abzukratzen ja genau so viele menschen so viele stories um diese ganzen stories abzukratzen die es gibt und aufhören uns mit diesen stories zu identifizieren und diesen einfachen diesen absolut einfachen und simplen weg zu gehen und einfach anzuerkennen dass dieses dieses göttliche ich kannst es höheres selbst nennen was gibt es noch für worte meine seele aber auch da hat man immer so den eindruck dass es für jeden unterschiedlich ist aber ihr wisst ja wir sind alle eins wir sind alle gleich und zwar auf dieser ebene auf dieser ebene auf der göttlichen ebene auf der göttlich und die göttliche herkunft die macht uns gleich ich meine die bibel versucht uns das ja zu erklären irgendwie mit vater gott und so weiter und so fort dass wir alle den gleichen vater haben aber das ist ja nur sinnbild dafür dass wir alle aus dem göttlichen aus dem perfekten aus dem fehlerfreien aus der liebe aus all diesen hohen gefühlen hochschwingen ideen entstanden sind das ist das was uns vereint und das ist das was wir wieder zuerst in uns selber entdecken dürfen um es dann in anderen sehen zu können und ja wir dürfen es finden und annehmen genau und wenn wir es bei uns gefunden und annehmen können angenommen haben dann ist es so einfach dass in anderen sehen zu können und wenn ich auf diesen weg hier das ist sozusagen für mich der zweite schritt dieser weg das göttliche das perfekte das schöne in anderen zu sehen nachdem ich mich selbst geheilt habe heilung heißt also nur zu erkennen dass dass dieses fake ich diese falschen stories diese überzeugungen die mich als mangelhaft oder fehlerhaft darstellen eine pure schlappe lüge sind sondern dass mein göttliches ich meine göttliche wahrheit das ist was ich wirklich bin und wenn ich diesen ersten schritt für mich ganz ganz tief in mir annehmen kann viele sagen auch dazu aus dem herz heraus zu leben aber für dich selber eben zuerst wir sind oft zu großherzig für andere aber wir sind nie bedingungslos großherzig sondern darum geht es diese bedingungslose sichtweise einzutreten unseres göttlichen verstandes und dem die vorherrschaft für unser leben zu geben dieser göttliche verstand er so unendlich schlau ist der alles weiß der die weißheit mit löffeln gefressen hat der das leben kennt der die liebe kennt weil die liebe ist bedingungslos und diese bedingungslose liebe die kennt eben nur unser göttlicher verstand und das ist eben diese liebende intelligenz die göttliche intelligenz die intelligente liebe wie es dr jody spencer nennt und wenn diese intelligente liebe die vorherrschende energie in unserem leben ist dann ist sie auch die vorherrschende energie in unserem körper und führt zu absoluter heilung sie führt zu absoluter heilung auch mental emotional wenn wir es zulassen diese vorherrschende intelligente liebe liebende intelligenz christus energie ist genau dasselbe die kirche meint gute sachen die bibel hat alles richtig geschrieben die kirche hat es fehlinterpretiert es steht alles in der bibel dem ersten buch das es für uns gibt es ist alles schon drin und da ist unsere macht beschrieben diese macht dass wenn wir uns verbinden mit unserer göttlichen wahrheit mit unserer göttlichen intelligenz dann sind wir absolut in der hundertprozentigen macht und diese macht kann niemals negativ sein diese macht ist immer positiv weil sie aus liebe besteht weil das die schwingung ist die kreiert die wirklich die wahrheit kreiert und diese schwingung heilt hält uns auf allen ebenen und damit wir uns mit dieser schwingung wirklich verbinden können müssen wir die blockaden aus dem weg räumen die eben diese geschichten sind die überzeugungen sind die glaubenssätze sind dass irgendetwas eingeschränkt beschränkt oder bedingungsvoll ist und sobald du merkst dass du irgendetwas eine bedingung setzt dann hast du die türe zugemacht und deswegen ist ja auch die arbeit von dr jody spencer so dass sie sagt dass diese tür aufmachen sollst meditieren frühmorgens bevor dein verstand die türe wieder verschließt aber die wahre arbeit ist eben nach dieser meditation dass du einer eine wirst die die tür immer offen hat die so denkt wie das göttliche wie die göttliche intelligenz weil sonst machst du eine stunde zwei meditation am tag hast die tür schon weit offen gehst raus in dein leben und weißt nicht wie du denken sollst damit die tür offen bleibt damit du in verbindung und anbindung bleibst das haben wir nicht gelernt das hat niemand gelernt das müssen wir uns selber beibringen das ist das übungsfeld des lebens darum geht es suchen nicht nach dem sinn des lebens der sinn des lebens ist gegeben du bist hier um das zu lernen um aus deiner göttlichen intelligenz heraus zu fühlen denken und zu handeln um aus deinem göttlichen verstand heraus die welt zu sehen und anzunehmen in kompletter liebe und perfektion und das kannst du nur wenn du es gelernt hast es für dich selbst als erstes zu tun das einzige wo die fluggesellschaften wirklich vorreiter sind und sagen schnall dir erst die sauerstoffmaske selber an bevor du anderen hilfst genau um das geht es und es wird wichtiger denn je sein nach weihnachten dass du diese nachricht gehört hast und dass du weißt warum du hier bist und dass du weißt was es jetzt für dich bedeutet als nächsten schritt diesen schritt für dich zu gehen dir die sauerstoffmaske selbst anzusetzen aufzusetzen damit du den anderen helfen kannst dazu bist du hier such nicht mehr es gibt nichts zu suchen es gibt keine berufung keine andere als diese wie sich das dann nachher auskristallisiert im detail individuell für dich persönlich das wirst du sehen das wird dir freude machen aber das musst du nicht suchen das ergibt sich selber das einzige ist du musst dich bereit erklären diesen weg zu gehen für dich als allererstes und das hat nichts mit egoismus zu tun so ist es einfach nur mal gedacht und das wenn wir es selber für uns klar haben dass wir dann anderen helfen können es klar zu kriegen für sich selber allein schon nur doch das beispiel unseres lebens du musst nicht irgendwie coach oder was werden wenn du das nicht möchtest aber das beispiel das du gibst für andere nur allein weil du lebst und wie du lebst ist so wichtig du bist so wichtig was du tust ist so wichtig und das anzuerkennen und zu sagen ja es ist wichtig dass ich bei mir ankomme es ist wichtig dass ich glücklich bin es ist wichtig dass ich meine wünsche und meine träume auslebe es ist wichtig dass ich hier bin und strahle wie ein sonnenstrahl dafür bin ich hier das ist mein job das ist meine aufgabe raus aus diesem dunklen dunklen raus aus diesen dunklen gedanken und vorstellungen des lebens wie das leben ist wie das leben funktioniert was das leben bringt was das leben tut es ist wichtig dass jeder einzelne da raus geht ja sehr sehr gerne manuela es war mir heute einfach so eine inspiration weil stehen die festtage da vor uns und einfach zu verstehen um was es geht und einfach loszulassen aus an dem außen und zu uns nach innen zu kommen und hier in liebe mit uns selbst zu arbeiten uns aus dieser göttlichen perspektive anzuerkennen und zu sehen mit so viel liebe und mitgefühl für uns selbst und das dann für die anderen zu haben es gibt nichts schöneres es gibt nichts erfüllenderes und dieser zweite schritt ist so schwer viele nennen es geht es ums verzeihen aber ich sage dir das verzeihen was willst du verzeihen wenn nie was schlimmes passiert ist was willst du verzeihen dem leben es ist leben gewesen da gibt es nichts zu verzeihen dem leben du bist hier und hast gelebt hier gibt es dankbarkeit zu huldigen man konnte man dieses wort zu huldigen in letzter zeit über kopf da gibt es nichts zu verzeihen es ist alles gut und richtig und wenn alles gut und richtig ist brauchen wir nichts zu verzeihen wir dürfen nur erkennen dass alles gut und richtig ist und schon müssen wir nicht schwer verzeihen irgendwelchen menschen irgendwelchen situationen sondern das ist das leben das ist das leben und das leben ist großartig mit all seinen facetten und das hat sich so wunderbar ergeben aus diesen advents vorträgen schaut sie euch alle an sie sind hier in der gruppe sind auch hier auf meinem youtube kanal schaut sie euch an schaut euch diese frauen an hört euch an ihre lebensgeschichte hört euch an wie jede einzelne in den absoluten frieden mit ihrer geschichte gekommen ist und dann erst weiter gehen kann schaut euch an wie jede einzelne erkannt hat dass das leben großartig ist so viele schicksalsschläge so viel schmerz so viel leid so viel trauer in dem leben von jeder einzelnen und am schluss so viel strahlen so viel lebensbejahrung so viel dankbarkeit so viel freude und so viel liebe schaut es euch an ich bin so dankbar dass diese inspiration jetzt hier ist und sie ist eine energie die wir hier in unser universum gegeben haben guten morgen angelika schaut euch diese vorträge an es ist wirklich wirklich wunderbar und ich bin wirklich sowas von dankbar dass so viele frauen klar die waren alle in meinen coaching programmen das habe ich aber nicht bewirkt bei ihnen sondern ich habe es ihnen den raum gehalten zu kommen zu scheinen und da zu stehen weil ich wusste dass sie großartig sind und scheinen und darum geht es und darum geht es nicht nur dass ich das tun kann sondern es kann jeder von euch für eure liebsten tun hi guten morgen tine wir eröffnen diese räume für die menschen dass sie wunderbar sind aber das können wir nur wenn wir selber uns dessen bewusst sind dass wir das können und dass wir das sind der raum in dem alles ist in dem alles wunderbar ist ja schaut euch nochmal vielleicht auf soundcloud das ist auch noch die links hier da diese divine music an da kommt alles raus das sind alles gechannellte messages mit wunderbarer musik ihr könnt sie noch finden auf soundcloud mit dem soundcloud links sucht einfach irgendwie soundcloud oder so hier in der gruppe vielleicht poste ich es auch nachher nochmal unter das video irgendwann mal wird das ganze als package verkauft könnt ihr es dann kaufen in verschiedenen längen in verschiedenen zusammensetzungen aber es ist wirklich mega mega schöne inspirierende musik voll mit liebe das ist ein geschenk von mir ich poste es hier nochmal drunter unter das video und alle die jetzt später noch dazu gekommen sind jetzt hier in dieses live hört es euch nochmal von anfang an es sind wirklich wichtige nachrichten die ich da heute für euch bekommen habe und der witz ist ja es sind ja eigentlich die nachrichten die ich für mich bekomme aber da wir alle eins sind sind es ja die nachrichten die für uns alle wichtig sind ich sage nicht dass ich hier jetzt im channel medium bin oder so weil das hat irgendwie so einen komischen geschmack weil jeder von uns kriegt diese nachrichten aber macht euch das zur angewohnheit dass ihr entweder so wie ich irgendwelche videos macht dass ihr diese nachrichten teilt diese klarheit teilt die euch zukommt dass es ihr aufschreibt oder irgendwie diese energie das ist ja energie die zu information wird hoch schwingendste energie die zu information wird die raus darf ins universum du bist wie so ein katalysator auch wenn du diese hoch schwingende wunderschönen gedanken und energien empfängst dann ist es dazu da dass du es teilst dass es raus geht wie leicht ist es die dinge zu teilen und zu motzen sich sorgen zu machen seinem partner seinen liebsten zu sagen oh mein gott wie sollen wir die rechnungen zahlen oh mein gott wie sollen wir das wirklich in diese 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 klagerei rein zu gehen ist so leicht wir haben es so gut gelernt aber jetzt in dieses huldigen rein zu gehen in dieses juhu und und großartig und so weiter und so fort das dürfen wir uns angewöhnen und je mehr leute sich das angewöhnen stellt euch das mal vor das sind einfach nur am am freude teilen am schöne energie schöne gedanken teilen hier unterwegs wow was wird das für ein leben und so können wir schon in 2021 rein starten und uns in diese energie begeben es gibt ganz viele tools aber ich sag es euch eins hier oben dieses gedankenmanagement dieses diese selbst gespräche zu managen das ist eins das a und o das ist so eine große aufgabe die wir ähm zu tätigen haben was denkst du den ganzen tag was hast du denn ähm für selbst gespräche die du führst ja was denkst du wenn du an eine andere person denkst das ist alles energie und die kommt aus dir raus und du solltest dir überlegen ob das die energie ist die du raus senden möchtest das ist so leicht einfach zu denken zum beispiel an irgendjemand du denkst an jemanden und sagst ach wieso macht der oder die das und das nicht mehr oft denkst du das ich denke das immer wieder und dann heißt es oh wie schön wenn der oder die das und das macht freu mich riesig wenn der oder die das und das macht für mich oder für andere denkst du das ja das kannst du stattdessen denken und jedes mal wenn du merkst du denkst irgendetwas in diese Richtung oh mein gott wieso nicht und wieso das nicht und wieso das nicht dass du das dann umdrehst das ist dein job das ist dein job ja danke Fabrizia dass du uns immer wieder erinnerst an das was wir sind es ist der Schlüssel für jeden ja ganz genau und das ist number one was jeder für sich am morgen tun darf in dieses wunderbare Selbstgespräch mit seinem göttlichen selbst mit seiner göttlichen Wahrheit zu treten Antworten abzuholen die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Antworten zu hören und diese in dieser Energie in den Tag zu gehen es gibt wirklich so viel was wir nicht mehr tun sollten und was wir stattdessen tun sollten dass es nicht wahnsinnig viel mehr Zeit im Tag sonst braucht müssen nur diese Gewohnheiten vor allem die Denkgewohnheiten ändern und die Ansichten ändern und die Überzeugungen ändern die uns diese göttliche Anbindung, Verbindung, göttliche Wahrheit immer wieder irgendwie verwehren wollen und das möchte ich euch mitgeben ich habe ganz viel Unterstützung für euch parat also noch die nächsten zwei Mini Mastermind Vorträge jetzt am 28. und am 4.11. könnt ihr euch einbuchen für jeweils 99 Euro der erste Call war jetzt schon am Montag den könnt ihr euch immer noch kaufen die Aufzeichnung anhören das PDF, die 6 Schritte die wirklich für mich Magic sind wenn ich die durchgehe weil das ist einfach das was zu tun ist wenn ich etwas ändern möchte wenn ich meine Wünsche und Träume in mein Leben rein kreieren möchte das ist so ein ganz kleiner Kurs den kann sich jeder leisten und dann gibt es eben diese 3, 6 oder sogar 12 Monate Begleitung von mir im nächsten Jahr für die kannst du mir schreiben ich habe noch nie so lange Programme gemacht aber ich habe jetzt nach 2 Jahren Coaching Erfahrung doch gesehen dass es letztendlich die 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 transformiert haben die habe ich zwar nicht in einem Programm so lange begleitet aber die haben immer wieder ein anderes neues Programm gebucht und sind dran geblieben und die haben die besten Ergebnisse und wenn du dir das denkst dass du einfach sagst ich nehme jetzt ein Jahr für meine Transformation ich nehme jetzt ein Jahr dafür dass ich dort ankomme wo ich glücklich frei und fröhlich bin boah Hammer so viel Zeitersparnis also ich will ja nicht arrogant sein aber wenn ich mich selbst gefunden hätte als Coach wirklich ich habe mich ja auch übrigens selbst gefunden als Coach aber es hat so lange gedauert bis ich wirklich der richtige Coach für mich selber geworden bin und ich hatte natürlich auch andere Coaches auf dem Weg und das ist auch das was ich für dich möchte dass du letztendlich der richtige Coach für dich selber bist aber nicht glaubst dass du alles alleine wuppen musst sondern dass es da ganz viele gibt die dir helfen können und die dich unterstützen können und jetzt auch in diesen Masterminds die ich gehabt habe dieses Jahr das sind so schöne Verbindungen zwischen Frauen entstanden die sich vorher nicht kannten die sich jetzt kennengelernt haben und die wissen diese Frau versteht mich und diese Frau kann mir helfen ja auch untereinander es ist so wunderschön wie jede jede Frau ihr eigenes Geschenk eben mitgebracht hat und dieses Geschenk anderen zur Verfügung stellen kann und das ist dazu sind wir hier dazu sind wir hier und früher ganz ganz früher war das ja mal so wenn ihr euch daran erinnert aus den Geschichten dass man früher wirklich dass jede Frau eigentlich als Heilerin angesehen war auch noch jetzt in Indianerstämmen und sonstigen es fällt mir nur das englische Wort ein aber diese Naturvölker noch oder da ist es ganz klar da ist die Frau die Heilerin und wir sind immer noch die Heilerinnen wir sind auch die 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 Heilung in unseren Männern initiieren dürfen aber wir haben so viele Glaubenssätze die das nicht zulassen ja also ich könnte jetzt hier auch noch ewig reden ja der Mann muss sagen wo es lang geht der Mann muss sich melden der Mann muss der Mann muss das und das und das machen ja ja der Mann macht es schon aber du darfst den Mann als diesenjenigen sehen der das tut du bist diejenige die den Mann so kreiert dass er so ist wie er wirklich ist und dass du ihm nicht irgendwas überstülpst was die Gesellschaft gerne in diesem Mann sehen möchte sondern du machst deinen Mann zu dem wunderbarsten Mann den er überhaupt sein kann aber wirklich stehen sie uns so selten ein und ich habe es jetzt auch am Montag wieder gemerkt diese Frauen wirklich und das ist so jeder Mensch sucht sich ein möchte gerne einen Herzenspartner an seiner Seite haben jeder Mensch möchte gerne Hand in Hand das war so das Bild dass wir hatten Hand in Hand am Strand spazieren gehen und alle fünf Meter stehen bleiben und sich abknutschen das ist so das Bild dass sich jeder Mensch wünscht so eine Beziehung zu haben mit einem Partner und wer gesteht sich das denn schon ein ja wer gesteht sich das schon ein das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn da hinzukommen und sagen ja das möchte ich mir geht es eigentlich gar nicht um das und das und das und das was ich glaube das haben wir am Montag auch festgestellt um was geht es denn wirklich was willst du denn wirklich 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 haben in deinem Leben diese Frage stelle ich immer wieder und komm krieg immer wieder Antworten und wenn die Frauen eine Weile im Coaching sind und ich die Frage wieder stelle dann ist es ganz anders weil wir uns das nicht eingestehen was wir wirklich 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 wollen und wenn wir uns das nicht eingestehen dann werden wir nie bekommen was wir wirklich 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 am Ende wollen sondern werden immer nur diese Dinge bekommen die wir als Bedingung davor setzen ja also ich brauch ein großes Haus nein du brauchst kein großes Haus du brauchst Freiheit du brauchst Freiraum du brauchst Entfaltungsraum ich brauch keine Ahnung ich brauch eine Million das ist genau das gleiche nein du brauchst den Mut deine Projekte umzusetzen du brauchst den Mut dir einzugestehen dass du groß sein willst dass du groß denken willst dass du dich ausbreiten willst deswegen glaubst du brauchst du die Million wir denken immer falsch rum aber wenn wir anfangen richtig zu denken dann wird die Million kommen dann wird das große Haus kommen dann wird die wahnsinnig tolle Partnerschaft kommen aber wir denken immer alle falsch wir glauben wir müssen das wie bestimmen wie soll es denn sein in unserem Leben aber die Frage heißt was will ich fühlen was will ich für ein Lebensgefühl haben was will ich für eine Lebensperspektive haben was will ich für Beziehungen haben was will ich in den Menschen sehen was will ich im Leben sehen darum geht es und diese Frage zu bearbeiten und so tiefgründig zu bearbeiten dass sie in deinem Unterbewusstsein einen Platz hat so dass du dorthin geführt werden kannst dass du dieses Leben und dieses Leben führst das ist der Job und diesen Job machen wir im nächsten Jahr auch in meinen Coaching in meinen Coaching Programmen bist herzlich eingeladen dich bei mir zu melden entweder über private Nachricht hier oder per E-Mail und es wird sicher etwas für dich geben du wirst sicher wissen wo du hin möchtest nach einem vielleicht kurzen Gespräch oder nach Nachrichtenaustausch melde dich bei mir es wird dein Leben verändern ich sage es immer wieder aber ich weiß es einfach weil schon alleine nur dieser Call am Montag für die Frauen die da waren hat das Leben schon verändert also du kannst dir diesen Call holen 99 Euro du kannst schauen wie ich coache für 99 Euro du kannst schauen was da passiert für 99 Euro kriegst du die Aufzeichnung und du hast die Möglichkeit nochmal für 99 Euro nächsten Montag dabei zu sein und für 99 Euro am 4.1. dabei zu sein du kaufst keine Katze im Sack wenn du dieses Programm dir gönnst deswegen habe ich es extra gemacht ich will auch nicht dass irgendjemand enttäuscht ist und dann sieht ja wie macht sie denn die Calls was passiert denn da um was geht es denn da schaust dir einfach an es ist alles offen gelegt du hast in den Adventsvorträgen Frauen gesehen die bei mir in den Coachings waren wenn das für dich ist melde dich aber ich möchte dir ans Herz legen jetzt wird wird eine Zeit kommen in den nächsten Tagen über Weihnachten wo du dir ganz viele Fragen stellst es wird eine Zeit kommen wo du nichts mehr verstehst es wird eine Zeit kommen wo du nur noch Fragezeichen hast und wenn du Antworten brauchst denk dran ich bin hier ich habe die Antworten und ich habe so lange die Antworten für dich bis du selber die Antworten für dich hast es geht nicht darum dass ich so toll bin ich mache dir die Türen auf ich zeige dir den Weg und dann weißt du wie du deinen eigenen Weg findest hier geht es überhaupt nicht um Abhängigkeiten hier geht es nicht um mich hier geht es nur um dich immer nur um dich du bist das Wichtigste in deinem Leben und in dem Moment wo du dich für dich entscheidest für dein göttliches Leben wird dein Leben göttlich sein aber du musst dich entscheiden und du kannst nicht immer wieder umentscheiden du musst einfach sagen ich entscheide mich oh es tut weh oh es wird schwer oh nein oh mein Gott wie soll es weitergehen habe keine Ahnung ist es alles richtig ist doch eh alles falsch gehe ich lieber wieder in die alte Scheiße zurück nein so geht es nicht es geht nur so ich habe mich einmal entschieden ich habe mich einmal entschieden ich habe mich einmal entschieden und wenn es hart und schwer und harzig wird bleibe ich dennoch bei meiner Entscheidung und so läuft es und so habe ich meinen Weg gegangen und ich gehe jeden Tag neu und ich entscheide jeden Tag neu und ich habe auch immer wieder irgendwelche Situationen wo ich denke shit wie soll ich das handeln oh mein Gott und schon ist die Lösung da schon ist die Lösung da weil ich weiß wo die Lösung ist und so geht es allen die das verstanden haben um was es geht und ich freue mich riesig 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 heute Abend haben wir nochmal Divine Money Call und auch hier Leute Divine Money ist richtig geil aber es geht nicht wirklich so fest um Geld weil Geld einfach das Nebenprodukt ist von dir ja ja das ist wie das Abgas wenn du dort bist wo du wo du wirklich die Abgasuntersuchung also die das Nebenprodukt deiner Energie ist Geld deine Energie ist Liebe Geld ist Liebe aber auch dahin zu kommen und das zuzulassen ist ein Weg Geld ist klasse Geld ist Liebe mit Geld können wir uns Liebe zeigen ja man schenkt kein Geld zu Weihnachten ja Leute ja genau schau später nach hallo wieso schenkt man kein Geld zu Weihnachten ja das ist auch so blöd ja weil man sich dann keine Gedanken gemacht hat um den anderen aber das ist doch auch nur ein Glaubenssatz Leute wenn ihr nicht wisst was ihr schenken sollt schenkt doch einfach Geld zu Weihnachten und packt dieses Geld mit so viel Liebe ein für diese Person und schon habt ihr ein wunderbares Geschenk das ist auch so ein scheiß Glaubenssatz Geld soll man nicht verschenken Geld ist doof finde ich nicht wenn Geld Liebe ist gibt es kein besseres Geschenk als Geld also ihr Lieben ich wünsche euch ein ganz schönes Weihnachten und ja morgen ist der 24. in unseren Gefilden wird ja da gefeiert ich feiere auch mit meiner Schwieger Family mit meinem Ex-Mann ich freue mich riesig das ist meine Family mein Ex-Mann ist mein bester Freund hat mich belogen hat mich betrogen hat mich verarscht vor vielen vielen Jahren Hintergang und ich sage es immer wieder gerne weil es immer wieder noch Frauen oder vielleicht auch Männer gibt die ihre Ex-Partner verteufeln macht das nicht macht das nicht macht eure Ex-Partner zu den tollsten Menschen der Welt es fühlt sich so gut an und du kriegst so viel geschenkt wenn du das Göttliche in all deinen Echsen siehst und vor allem wenn du Kinder zusammen hast wenn das nicht geregelt ist in deinem Leben wenn da noch irgendein Graul und ein Hass ist irgendeinem Ex gegenüber oder irgendeinem Menschen gegenüber aber das Schlimmste sind die Ex-Partner mit denen man Kinder hat ist scheißegal komm in Frieden damit seh die Göttlichkeit in dieser Person aber das kannst du nur wenn du zuerst die Göttlichkeit und das Wahre in dir selber siehst das ist der Weg das ist der Job aber aus meiner Sicht muss es niemanden auf dieser Welt geben der irgendwo Partnerschaftsstreit hat oder sonst irgendeinen Streit mit irgendeinem Ex du kannst es drehen du bestimmst wie die Menschen in deinem Leben sind darüber sprechen wir übrigens auch in diesem kleinen Mini-Mastermind für 99 Euro also Tschüssi das ist schmerz dem